Die Nummer 2 im aktuellen Skiflückweltcup. Die dreifache Weltmeister von Seefeld. Und da sind sie nur 30 Punkte oder was auseinander. Die ersten vier, das ist ganz knapp. Das ist ja super! Schau mal, der springt da noch einmal vor Freude im Auslauf. Der war gestanden, auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020